Auf der Brücke noch Leute. Ja, aber das ist 400. Aber das Mieten... Ja, das ist 2.000 Leute. Überlegen bitte. Yes. Nice. Meine KD ist jetzt übrigens wieder gerettet. Ja, meine ist so dermaßen tief drin, dass es ein Nippel dick war da. Der ist so tief drin, dass sein Nippel schon dick ist. Ja. KD ist so scheiße, dass da... das... ja, Unterkopf ist. Dass die einfach schon scheiße ist. Kann man... Kann man mit... in der Technik... also hier in der Anlage kann man damit... Oh, Aua. Der will mich töten. Ach. Boah, Herr, weißt du, dass ich da sitze? Ah, halt. Scheiß Level 100. Was? Durch die Wand oder was? Hä, wo denn? Was denn? Wo denn, alter? Ja, was denn? Wo denn, alter? Ah, McRider! Geil, der an unser Thunderless stört. Wir verloren. Da ist doch... Fahrzeug Terminal. Aua, das tut leh. Die... So. So. Wenn einem zu fünf Leute direkt ins Gesicht schießen, dann wollte man sich lieber Trott stellen. Oder einfach Trott sein. Ja, okay, man ist schon tot. Oh Gott, Leute, Leute. So, wollen wir wieder in die Traverse fahren, Marcus von Neverson aus? Ja, ich hab' meine voll. Ich hab' meine voll. Na, die für die... für die Stufe 3, was bringt man? Ich hab' meine voll. Na, die für die Stufe 3, was bringt man, wenn ich... ...mäßig mehr so und... Ich hab' die 3-Karte gesehen, da eben war die noch nicht angekündigt. Ich muss jetzt auch mal... ...3...4 Kills mit dem C4 machen und noch 7 World C4, so... zum Ball muss ich noch erfüllen und habe ich alles jetzt tun dann macht die Zivilger ein Mindermacher werden ja wenn ich bin ich mal Massenkampf hätte da ist es nicht mehr Kretel so scheiße und nötig ist es gerade er einfach von ihm wieder weitem ging jetzt noch nicht abgeschlossen außer Schlitzerfahrzeuge auch Korte Lehmann der Einzelste ich schieß wieder was hab ich hier ein weißt du so was halt nicht und der schulden rein mit nix klar ich hab den grad vier schuss mit der schott gern im nahkampf gegeben und er überlebt siehst du wie die schlucken wie ihre mütter alter nach 18 uhr warum nach 18 er keine ahnung kann auch nach 15 uhr sein bis 0 uhr da geht sie penne was du noch ist klar ist ja da ist ein tanz an der war super johann weißt du ich ich werde von zwei stich getötet alter überleben überlebt überlebt aber ich überlebe natürlich natürlich eine riede wer hat er noch nicht in die Kanate rein welcher Idiot steht es hat dort direkt auf die Spornplattform ich glaube ich bin und jetzt wird wie hinter kann wenn ich nicht wenn ich habe ich nicht aus schlau aus auf schlau ein wenn wir genau treffen let's go alter warum schießt denn nicht da steht ein tanz an du bist doch ein jakob jakob er sagte warum ja eigentlich schon also jetzt von der alten generation da man noch die jacke die jacke boah der krieg ist nur 50 jahren es ist nur auf die fresse halt nämlich schmied ja warte nämlich auch noch nicht brennt ich gehe lieber raus hey guck jetzt gehst du freiwillig raus wenn ich brenne ja wenn ich aussteige ich hab die lebt ja mein fahrer war ein level 3er ok hast du bist nicht selber gefahren und er hat die basilisk ich halte ich und ich habe mit der basilisk eine lip vom Himmel geschossen ok also halt die fresse wenn du mir das nachmachst dann kannst du mitreden komm lauf mir zur base alter machen wir es nicht gemischen er ist explodiert wo ist denn die base da hinten ja da drüber ich komme zuerst und wenn ich jetzt weiß wer was ich gemischen ja ich spring voll rein ich spring voll rein nicht gewissen wir springen voll rein warte mal ich muss erst mal gucken wo ich bin ich bin ich bin weil ein weiß der wasser ist erhältlich ja sei doch er ist also einstatt kann man schon mal so ein standard zum ausgeben glaube ich aber ich hab die Lippe getroffen nein, eins ist zu schade und sie gemischt den Raps dann nie zerstören warte ich krieg dann Punkte oder? na schieß doch ja ich wollte nur dass der nicht mit seinem Gehirn den Kill bekommt, sondern dass ich den Kill macht weißt du? Michael Suar was ich hätte mein Leben oh ich steig aus hier sind viele ich hab einen mitgenommen ich hab auch einen mitgenommen und jetzt verspreche ich am Fundy reichten zwei? pass auf das andere ich bringe mich wieder in Ordnung jetzt bin mit meiner und noch ein Kill aber jetzt ist er weg das ist nur ein Assist-Gewicht jaaah vor der Empire vor der Empire vor der Empire ist einfach so das sind die Kacke Warum geht er nicht über die Brücke? Die Brücke ist so ein schönes Kampffeld grad Gibt's da irgendwo in Sandy, wo ich ja spawnen könnte? Wär mal schön Also, da ist alles Volamin auf der Brücke Natürlich Also, wenn man zwei Sandy sagt, du kannst nicht am Sandy spawnen, ja? Ist klar Ja, weil die Sundays auch nicht lebendig dahin schaffen würden, glaub ich Die stehen ja schon dort Ja, aber die sind nicht auch Weil sie da auch noch fahren, weißt du? Au, 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 au Nein! Das ist der Helle, welches ist die Bulle? Siehst du, den Märtyk? Den Smiley hat wohl da reingemacht, hat ja den da reingekriegt Gut, das zieht schon wieder Gespenster Der dann Eis genommen, alter und drauf gedrückt also warum muss der nicht jetzt verfolgen oder ist das Fakim Max alle auch glücker aus dem Nürnberg ich habe zu dir kommt er hat gebeten der Kurs sind nicht aus der Fußgesehner sind auf der Leute auf der Brücke auch Leute ja als 400 aber das lieben für die Auslösung der Glecht Alter. Oh, der ist tot. Nein, der lebt doch. Jetzt ist er tot. Ey, wir können probieren, mit nem Cartagen-Harrister von hinten reinzufahren. Was? Nein! What? The fuck, Alter. So. Wow, Motherfucker! Ich lebe noch. Das ist ne Max, ne? Pass auf. Ja! Jetzt bin ich tot. So, jetzt steh ich mal da vorne einen kleinen Einsatzschilds anderer hin. Ich seh schon, das geht kein anderer hin, glaub ich. Warte, ich komm mit. Wo seid ihr? Warte, ich komm mit. Keine Ahnung, wer seid ihr, aber ich komm mit. Ja, fahrt mal nicht holen wir meinen Harry wieder. Ne 820, ist klar. Ich hab ne 2037. Oh Mann bist du scheiße, ich hab ne 1819. Du bist ja auch nicht von der ganze Zeit, okay. Oder von Flugzeugen. Nein, weil ich nicht, weil ich kann kämpfen. Ja. Da werden schon wir hin, wir schon hin. Da werden schon wir beschossen. Da werden schon wir beschossen. Ja. Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Nein, hinter euch. Nein, vor uns wäre mir ziemlich viel wichtiger gewesen. Aber danke fürs Einmischen, Futter. Ich hab mich eingemischt. Wir sind gesprengt. Das war's für heute. Gute für diesen Kanal. Tschüss gibts, Junge für den Kanal. Bis zum nächsten Mal.